Friedrich Wilhelm von Grumko an Christian Thomasius, Löwen, 25. April 1713 Wohlehrenfester, vielgeehrter Herr, insonders hochgelahter Herr Professor. Wollen herzwertester Gönner gnädiglich vernehmen, wie die Geschichte der Katharina Margaretha Lincoln weitergangen. Seind so kuriöse Umstände beider Sach, so nit leicht in der Welt ein zweites Mal geschehen. Nachdem die Lincoln in Haft genommen, ordnet ich eine Leibesvisitation an und bestelle eine Wehmutter vom hiesigen Orte ein, welche zusammen mit dem Regimentschirurgo die Lincoln erst oben entkleiden und, wie der Pastor gesagt, zunächst das Weißblech entdecken und dann zwei reizende, aber nit zu große Beweise ihrer Weiblichkeit. Saget die Lincoln, das Blech habe nit nur ihre weiblichen Brüste verdecken, sondern sie auch im Kampfe schützen sollen, weshalb keiner ihrer Zeltkameraden sich je darüber verwundert. Da zuweilen auch Männer fette Brüste hätten, verlanget der Chirurg eine weitergehende Untersuchung des Leibes. Die Lincoln widersetzet sich und wehret sich und wird erst zahm, als sich ihr verdeutlichet, dass nur der volle Beweis ihrer Weiblichkeit sie retten kann, das ihr bereits gefälltes Urteil andernfalls sofort vollstrecket. Wie erstaunen aber die Wehmutter, der Chirurg und ich selbst, als die Hose der Lincoln endlich gefallen und nebst einem Horn auch eine lederne Wurst zum Vorschein kommen, die sie beide mittels eines Riemens vor ihr Geburtsglied gebunden. Befraget antwortet die Lincoln, das Horn sei zum Pissen, damit sie tun könne wie ihre Kameraden. Es stammet von einem jungen Ochsen, ist nicht zu groß und nur leicht gebogen, hat am Schaft eine recht breite Öffnung und in die Spitzen hat die Lincoln ein Löchlein gebohrt. Von mir aufgefordert, zeigete die Lincoln, wie sie damit verfahren. Manch geborener Mann wünschte sich den kräftigen Strahl, welchen die Lincoln mit großer Kunst stehend in den Eimer gezischet. Befraget nach dem ledernen Instrumente, verstummelt die Lincoln wieder. Erst nachdem ich die Wehmutter und den Chirurgum weggeschickt, relationiert dieselbe schließlich, wie sie im Winterlager das männliche Glied von Leder verfertigt und ausgestopft und daran zwei ebenfalls von Leder gemachte Testikuli gehänget. Aus Sattelzeug habe sie den Riemen genäht. Mit dem Instrument an ihre Scham gebunden, ist die Lincoln zu manchem Weibesmenschen gegangen und hat denenselben vor zwehen Groschen solch ledernding in den Leib gesteckt. Manchmal, wann sie verliebt gewesen, wäre sie ganze Meilen nach einem schönen Weibesbild gelaufen. Sie habe auch unterschiedliche Witwen karessiert und mit der ledernen Wurst gleichfalls exerziert, welche den Peenem befühlet, auch damit gespielet und doch nicht erkannt. Indem ich meinem hochverehrten Herrn gestehe, ähnlich zu empfinden, ohne stets das rechte Instrument bereit zu halten wie die Lincoln, aus eigener Weisheit planvoll errichtet und nit vom eitlen Zufalle der schwachen Natur, verbleibe ich desselben ergebenster treuer Diener Friedrich Wilhelm von Grumko.